Ex-mal zieh' ich in so'n... also bis hier oben, wenn ich mir zu an... und sag' hier nix, hier ist schwarz, sieht niemand was. So'n Rollkragenpulli. So'n Rollkragen in grün, in grün, dann sieht man überhaupt nix mehr, was ich dann wegmachen kann. Hallo! Das ist doch auch gut. Und unten, ja, dein Gehirn... ich glaub' dein Gehirn ist unten. Ich glaub' Junge, wenn du... wenn du... Ich denke mal, im Internet gibt es Pornos schneller zu finden, als wenn du bei einer Streamerin fragen willst, ob du ihre Titten oder ihre Möse sehen möchtest, Junge. Dann kannst du... Dann möchte ich nicht auf meinem Ding haben. Dann möchte ich bitte, dass du meinen Stream bitte verlässt. Bitte. Ansonsten bannen einfach. Ach stimmt, das kann ich ja machen. Ja, bannen! Jaaaa! Und timen outen! Kann ich alles selber machen. Vergess' ich, dass ich das machen kann. Dafür haben wir was. Dankeschön, Barra. Dankeschön, Dankeschön. Sollte sich doch Loll angucken? Jaaaa! Es gibt zigtausend Streamerinnen, die mit den Titten draußen streamen. Also da muss er jetzt nicht bei mir fragen. Hallo? Ich mache meine Facecam an, weil, hm? Dinge. Nicht weil hier, hm? Er hat halt wahrscheinlich gedacht, das machen alle Tussen, wo streamen. Ja, natürlich! Deswegen, ja. Weil, alle Tussen sind ja gleich und alles sind Schlampen außer Mutti, kennen wir mal. Oh, noch eine Claudette. Yeah, the Mega Gaming. Amazing. Wird eine reine Claudette Party. Äh, nee, du bist keine Claudette. Ja, ich bin die Außenseiterin von der Claudette Party. Ja, du bist eine... Was war denn jetzt das Grüne? War ich nicht. Ich habe es gerade nicht gesehen. Aus wie so ein komisches Fläschchen oder so. Ich habe gar kein grünes Fläschchen gesehen, um ehrlich zu sein. Aber das war bestimmt, ähm, das ähm, ähm, nebel. Nebel, genau. Das war auf jeden Fall mein braunes etwas geschlagen. Meine Opfergabe, die ich schon seit 10 Runden mit mir rumtrage. Die, 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 nee, die schlagen sich nicht. Wenn so ein grünes Fläschchen ist es einfach, dass mein Nebel da ist, glaube ich. Yeah. Ja, mein Nebel. Ja, okay, das ist ja eigentlich gut für uns und schlecht für der Killer, nehme ich mal an. Kommt drauf an. Für Mayas ist es besser, aber dann sehen wir ihn nicht, weil seine Maske mit diesem Nebel verschwindet. Also, man sieht ihn dadurch nicht. Also, noch weniger als sonst. Oh, wir sind in Huddenfield. Oh, noch in Huddenfield. Oh, noch in Huddenfield, ne? Aber kein Nebel, oder, ne, ich glaube weniger Nebel. Wir haben es gerade überhaupt gar kein Nebel. Guck mal, Bara. Ach, ne, du bist nicht Bara. Ne, du bist nicht Bara. Wer bist du? Ne, Bara, ich glaube bei mir, wenn ich es richtig sehe. Und der Killer auch. Es ist der Trapper. Uh, Abwechslung. Ich bin jetzt irgendwo in Deutschland unterwegs. Bara, also. Ich bin jetzt zu gucken. Da. Ich bin jetzt hier. Da. 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 nicht freiwillig die stinken und sind hässlich es gab bei mir da kommt immer in das haus rein ich glaube da war gerade also ich sehe überhaupt nichts das zum hochgehen dann müssen doch muss noch eine zweite trap sein irgendwo war schon generator nach was genau suchst du jetzt ja wir machen erst mal den generator der hat hier aber irgendwo eine zweite trip ein toter ihr seid da oben ich höre euch ja wie man auch im boden verstehe es nicht der gefällt sollte aus dem boden das ist ja dunkel ja das wollte ich auch kurz wir sind auch die alle fenster zu verständlich natürlich wir sind auf jeden fall ja weil ich wieder so inkompetent bin ohne generator jetzt kommen die paar dicks millimeter schaffen wir alter das ist da schon wieder ernsthaft da hat er stehen natürlich kommt nicht her auf jeden fall er kommt er kommt nicht er doch nicht ich habe gerade gedacht weil ich da stehe jetzt kommen da doch aber nein jetzt hätte ich gerne saboteur weiß er hätte ich ihm alle fallen zerstört er kommt ja ja aber da war die jetzt todes ja deswegen kommt da hast du kein saboteur auf deiner clodette habe ich nicht dabei jetzt also haben tue ich glaube ich haben tuten tun tut tuten 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 das dass er weg geht ja ich bin killermagnet killermagnet und er nenne ich mich jetzt glaube ich oder so kann sich um nennen glaube ich in in steam in killermagnet habe ich auch mal genannt da killer respawner irgendwie sowas du suchst den killer finden sporn mit war nie muss der killer war die fischstäbchen also er ist gerade nicht bei ihr ja ich bin aber weiter weg als du wo ist er dann er ist noch bei mir noch zu den herzen ich kann das doch gar nicht ich kann das doch gar nicht ich kann das doch gar nicht ja jetzt hören da wieder bei mir rum oh shit 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 i'm gonna am committing bar rennt er rennt dir mal wieder hinterher ja jetzt kannst du sie töten ja ich bin unterwegs sie kann ich sie töten was töte mich kalli töte mich er kommt wieder zurück er kommt wieder zurück kannst du echt vergessen mit dem arsch ey wieso rennt sie jetzt nicht mehr ich hab sogar fürs kämpfen punkte gekriegt bringt mir leider nix wohnen sohn ich kann es gerade dich nicht rettenbarer ich bin doch sowieso schon achso ach ne ich bin doch nicht tot na nein ich bin grad gestorben oh mann was ist das für ein scheiß und mich hängt er natürlich auf du huhn ja mich ich werde das auch gleich irgendwo aufmachen ich schüttel nur den kopf ich schüttel nur den kopf ja stelle oben noch fallen auch bei barra könnte mich erfahren runter holen kommen aber es war natürlich weil sie ja so gut auf zu zu bauch ist auf dem boden der sucht noch ein glieser war ja soll er doch nicht meine punkte kriegt er nicht das ist eigentlich schon die hedge finden nein die kann ich nicht wir haben nur einen generator hätten wir zwei hätte ich sie finden können ach schmännerei ach er kommt bäm bäm so ein käse so ein käse aber auch grrr der deerstalker oder ich weiß nicht wenigstens bin ich an einem schönen platz aufmerken worden WAS ALTER ich will nicht in den keller ja der deerstalker 3 insidious 1 brutal strength 2 und iron grasp 3 warum 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 weiß ich auch nicht weil sie denken dass es cool ist hat er es runter geschafft ja ja der hat mich ja raus vielleicht gewickeln lassen toll schön ja super finde ich auch kannst du mich nicht töten los töte mich töte mich musst du stehen bleiben dafür warra ja hab ich doch gerade ja oder hat sie dich geschlagen ja dann mach ich jetzt den generator bestimmt muss er dich ey warte mal verfolgen alter das ist kein da ist kein zum benutzen naja dann mach ich jetzt ein werkzeug ding dann gucken was er macht ja dann oh jetzt bündel dich auf auf jetzt bündel mich in den keller ich will aber nicht im keller aufgehangen werden was schon doof da wirft dich auf dem boden ok und um das ding zu starten ja weil wenn du auf der schule ist kann das glaube ich nicht machen alter ich kann die tür nicht aufmachen was mir soll er deshalb kaken ey ich find das so bescheuer ernsthaft mhm ernster mhm voll bescheuert ich dachte wir kriegen leichter was zum was zum hanker hat ihm das jetzt gebracht er hat zwei paletten machen können und einmal den generator dingsen können und was no brain irgendwie oh mir klingelt es gerade gg naja gg sieht anders aus